ja manche youtube hier ist wieder mal euren lieferfarmler willkommen zum weiteren teil ich hab mal wieder ein mini craft es ist schön am schnipseln also am schneiden ich hab hier schon mal in der timeline was vorbereitet nämlich so gesehen hier ein ich will nämlich so eine kleine ich habe ja noch niemals was gesagt was ich bauen will ich will nämlich eine kleine schneekugel bauen und da habe ich schon mal angefangen hier ein ein bäumle zu bauen dass die spitze eines also ein schneemann ist aber ich glaube der schneemann ist jetzt nicht so der wahre aber trotzdem vielleicht gefällt es ja trotzdem und das will ich dann wenn ich damit fertig bin also in so eine kleine schneekugel verfassen und das habe ich jetzt schon mal in ein kleines video aufgenommen dass ihr gleich am ende des anfangs hier sehen werdet also mit timelapse da habe ich das hier schon mal aufgebaut ich werde wahrscheinlich 44 videos machen erstes video ist hier der baum und die beiden stände zweites videos werden nochmal die beiden stände hier entstehen und wahrscheinlich schon mal ein bisschen deko drittes video wird dann nochmal das alles abrunden vielleicht die ganze kugel schon mal zu bauen und alles drum und dran und vierte video wird er dann am 24 hochkommen und da werde ich da nochmal rund zeigen was ich alles gemacht habe ja und da würde ich mal sagen ihr seht jetzt gleich die timelapse ich wünsche euch dann viel spaß mit der kleinen timelapse und wir werden uns nicht mehr sehen also wenn euch das gefallen hat drücken gerne das däumel nach oben lass mir ein abo da tschüss bis zum nächsten mal viel spaß mit der timelapse und wir sind bis zum nächsten mal wieder Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.